Malt dein Kind gerne und möchte lernen, viele tolle Motive zu zeichnen und zu malen, dann starte mit diesem super süßen Monster, denn das male ich für 0 Euro gemeinsam mit deinem Kind. Und ja, so könnt ihr Malzauber kennenlernen und sehen, wie ist es denn, mit der Diana zu malen. Und klickt einfach auf den Link und dann kommt ihr zum Monster. Eure Diana von Malzauber. Tschüss!